Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie kurz vor dem Ministerrat informieren. Es wurde öfters darüber berichtet, dass wir dieses Jahr ein sogenanntes Superwahljahr haben, international, aber auch national. Ich konzentriere mich auf die nationalen Wahlen, Arbeiterkammerwahlen, Personalvertretungswahlen, Gemeinderatswahlen in Salzburg und in der Stadt Innsbruck, Landtagswahlen in der Steiermark in Vorarlberg, Nationalratswahlen im Herbst und eben die Wahl zum Europäischen Parlament. Und im heutigen Ministerrat wird eben die Verordnung über die Ausschreibung der Wahl zum Europäischen Parlament, die Festlegung des Wahltages und die Festlegung des Stichtages beschlossen. Sie kennen die Eckpunkte zur Wahl. Die Mitgliedstaaten haben im Zeitraum vom 6. bis 9. Juni diese Wahl durchzuführen. In Österreich wird sie am 9. Juni 2024 traditionell an einem Sonntag stattfinden. Auf Österreich entfallen nunmehr 20 Mandate statt bisher 19 Mandate. Und der Stichtag für diese Wahl zum Europäischen Parlament wird der 26. März sein. Das sind 75 Tage vor dem Wahltermin. Und hier wird festgelegt, wer letztendlich wahlberechtigt ist. Wahlberechtigt sind für die Wahl zum Europäischen Parlament in Österreich Österreich, österreichische Staatsbürger und EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich. Und wer spätestens zum Wahltag, dem 9. Juni eben 16 Jahre alt ist und zum Stichtag in der Europawahlevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt wird. Also Stichtag 26. März. Und wer zu diesem Stichtag in der Wähle-Evidenz geführt wird, ist eben auch wahlberechtigt. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, mit der Ausschreibung zur Wahl zum Europäischen Parlament mich bei den Sprengel- und Gemeindewahlbehörden ganz herzlich zu bedanken. Es sind dies rund 10.000 Sprengel- und Gemeindewahlbehörden in ganz Österreich, die für die Durchführung dieser Wahl in den Gemeinden, in den Sprengeln auch Verantwortung tragen. Viele Freiwillige, die hier anpacken und für die Durchführung der Wahl auch sicherstellen. Das Innenministerium ist das Bundeswahlbehörde, hat die Verantwortung für die Durchführung auf Bundesebene und wir werden die einzelnen Gemeinden und die Sprengeln dabei unterstützen. So wird es, wie auch zuletzt, vier Wochen vor der Wahl eine Hotline für die Gemeinden auch geben, um beim Innenministerium auch entsprechend nachfragen zu können und auch Ungleichheiten beseitigen zu können. Vielleicht noch einige Zahlen. Es werden knapp 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt sein bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament in Österreich. Genau wird das eben mit dem Stichtag dann festgelegt, aber voraussichtlich knapp 6,4 Millionen Menschen. Von diesen 6,4 Millionen sind circa, auch das sind derzeit Schätzungen, weil das erst dann endgültig mit dem Stichtag feststeht. Die genaue Zahl sind ca. 61.000 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher und ca. 40 bis 45.000, so sind die Schätzungen unserer Experten, ca. 45 bis 45.000 EU-Bürgerinnen und Bürger, die hier in Österreich wahlberechtigt sein werden. Vielen Dank. Gibt es Fragen noch dazu? Bitte Herr Dietlbach. War das schon eine Frage? Das Vorspiel. Wie würden Sie das einschätzen, ist mit der heutigen Ausschreibung der EU-Wahl und zwar nur der EU-Wahl am 9. Juni, ist da sozusagen die Spekulation um eine möglicherweise gemeinsame Wahl am 9. Juni auch inklusive der Nationalratswahl vom Tisch? Als Innenminister bin ich nicht für Spekulationen verantwortlich, sondern verantwortlich für die Durchführung von Wahlen und ich bin davon überzeugt, ich weiß, Sie haben mir sehr genau zugehört. Ich habe alle Wahlen angesprochen, die in diesem Jahr stattfinden werden und ich habe auch davon gesprochen, dass geplant ist, die Nationalratswahl im Herbst dieses Jahres durchzuführen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.